Musik Mein großes Ziel bei den Challenges ist, dass sie einfach ganz ruhig ist, so wie sie immer ist, dass sie entspannt ist und dass sie auch irgendwo ein bisschen Spaß dran hat. Und ich sehe das Ganze diesmal gar nicht so wirklich als Challenge, sondern einfach so als unsere letzte gemeinsame Aufgabe. Und ja, wie gesagt, das Ziel ist, dass sie einfach entspannt ist und ruhig ist. Musik Die Arbeit mit ihr war um einiges intensiver als mit anderen Pferden. Sie hat auch viel mehr reagiert als andere Hauspferde vielleicht. Wie zum Beispiel ganz am Anfang habe ich ihr meine Hand hingestreckt und meine Finger nur minimal bewegt und darauf hat sie direkt reagiert. Und ich habe einfach gelernt, ihre Grundruhe anzunehmen und auch mit ihrer Ruhe einfach zu arbeiten. Musik 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 Poker Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.